Der nächste laute Knall. Viele Menschen, die sich ein bisschen ängstlich umschauen. Das macht dieser Lassana Diara auch, der tolle Jahre hatte in Spanien bei Real Madrid. In der Hierarchie hat er mit Fedira zusammengespielt, aber hinter dem Deutschen eingestuft wurde. Aber die Qualitäten sind unübersehbar. Ein Partneruhrer. Ein Partneruhr. Ein Partneruhr. Ein Partneruhr.